Seid gegrüßt bei den Zwerge, Gnome, Hobbits und Eglodon. Wir feiern Pride dieses Jahr auf Twitch mit einem großartigen Sortiment aus chilligen und wholesome games. Wholesome. Rund um Themen, die die LGBT-Community beschäftigen. Im Stream-Angebot im zweiten Monat auf meinem Twitch-Kanal gibt es dieses Jahr Spiritfarer, Farware Edition, Life is Strange, Two Colors, Tell Me Why, Pen & Paper Sephora Teil 5 und natürlich zweiges große Spieleabende mit bunten Games rund um die Queerness und LGBT-Plus-Themen zu sehen. Und on top gibt es noch für euch die Möglichkeit im Pride Month für den guten Zweck zu spenden. Auf betterplace.org habe ich dafür mal wieder eine kleine Spendenaktion eingerichtet. Und sowohl ich als auch die Vereine mit ihren Projekten freuen uns über deine Unterstützung. Denn mit deinem Beitrag hilfst du auch über den Pride Month 2023 hinaus zu ihren Personen. Deine Spende kommt direkt den Vereinen und Kollegen zugute. Und so kannst du im Pride Month direkt für den guten Zweck, für den queeren Zweck, Geld spenden. Jeder Beitrag zählt. Jeder Euro ist willkommen. Keine Spende ist zu wenig. Wir freuen uns ja über deine Spende. Spendenlink in der Videobeschreibung und während des Streams, während der Streams und Pride Month verlinkt in den Chat-Commands. Vielen Dank schon, vielen herzlichen Dank schon voraus für deine Spende. Und viel Spaß bei den großartigen Streams, die ich geplant habe auf Twitch und Pride Month. Pride Month wird großartig. Schaut rein und lasst vielleicht eine kleine Spende da. Das würde uns großartig freuen. Bis dahin.